Wir haben einen Traum. Wir wünschen uns Open-Source-Technologie für die ganze Welt. Wir arbeiten daran, dass sich künftige Generationen keinen vorgegebenen Beschränkungen und Zwängen in einer immer mehr digitalisierten Welt unterwerfen müssen. Wir kämpfen dafür, dass Information als offene Ressource jedem Menschen zur Verfügung steht. Wir treffen uns heute hier in Berlin, um unsere Mitgliederversammlung durchzuführen und um danach auf dem Open-Source-Day mit der Politik zu diskutieren, welche Rolle Open-Source-Software für die erfolgreiche Digitalisierung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft hat. In der Open-Source-Business-Alliance begeistern wir uns für offene Technologien, tauschen uns aus und lernen voneinander. Jeder von uns fühlt sich als Teil einer gemeinsam anpackenden, offenen Gemeinschaft. Der größte Erfolg der OSB-Alliance ist das Netzwerk und seine Mitglieder selber, ihre Aktivitäten in den verschiedenen Working Groups und Task Forces, das, was sie an Handreichung schon herausgebracht haben, die tollen Veranstaltungen, die wir machen, das offene Zugehen auf Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Mitgliedschaft in der Open-Source-Business-Alliance bedeutet Freiwilligkeit und Kooperation auf Augenhöhe, innerhalb und außerhalb des Verbandes und bei allen Projekten, an denen wir gemeinsam arbeiten. Open-Source-Software bedeutet, Quellcode ist frei verfügbar. Experten können in dem Quellcode arbeiten, können Schwachstellen identifizieren, können auf Probleme hinweisen und müssen nicht einfach nur vermuten, was ein Problem sein könnte. Und Quellcode kann auch verbessert werden. Quellcode kann auch als Quell für Innovation genutzt werden, dass halt etwas ganz Neues entsteht. Als Open-Source-Experten stehen wir allen zur Verfügung, die diese Technologien zum Einsatz bringen wollen. Wir unterstützen Wirtschaft, öffentliche Hand und die Gesellschaft darin, Open-Source einzusetzen und voranzutreiben. Gerade bei Business- und Behörden-Software ist es ja ganz wichtig, Open-Source einzusetzen, um eben im offenen Quellcode nachprüfen zu können, ob es da irgendwelche Backdoors gibt, ob da Informationen an Dritte weitergegeben werden, die eigentlich nicht weitergegeben werden sollten. Und deswegen ist es bei uns in der OSB-Alliance auch ganz wichtig, ein wichtiges Anliegen, dass Open-Source-Software gerade auch bei Behörden, Gemeinden, Städten und Verwaltungen eingesetzt wird, um die Sicherheit der persönlichen Daten unserer Bürger zu schützen. Die Open-Source-Business-Alliance steht auch für Innovation im unternehmerischen Miteinander. Also wenn ich euch einen Mehrwert nennen soll, warum ich wirklich sehr gerne in der OSB-A arbeite, ist es, dass ich da Profis finde, mit denen ich ganz agil Sachen auf die Beine stellen kann, die Leute finde, die ich genau in dem Moment brauche für mein Projekt. Wir zeichnen wegweisende Projekte aus, setzen die richtigen Innovationen ins Rampenlicht und legen damit den Fokus auf das, was unsere Gesellschaft heute braucht – Vertrauen und Transparenz. Der OSBAR ist der Oscar der Open-Source-Szene und wird jährlich mittlerweile zum vierten Mal von der Open-Source-Business-Alliance verliehen. Verschiedene Projekte werden eingereicht und werden von einer hochkarätigen Jury nach gewissen Kriterien, Innovation, Reifegrad und Ähnlichem bewertet und dann prämiert. Open-Source begeistert uns. Wir öffnen Türen und tragen diesen Gedanken in die Welt. Gerade heute braucht die Welt besonnenes, freiheitliches und offenes Denken. Dafür stehen wir – mit Inspiration, Vielfalt und Neugierde. Open-Source-Business-Alliance – Trust Matters – Weictimations-Alliance-F Sofia Vielen Dank.